Servus, grüß den hallo, willkommen zu Forza Horizon 5 mit dem guten Manu. Hallo. Ja, mir denk ich blitz dich jetzt ein wenig. Wieso du lachen? Weil ich die Absicht kann halt das gleiche Auto nicht mehr tun, aber es hat nicht ganz gekaut. Haha, ich hab ein RS5. Ja, ein RS6. Ja, wir nehmen das erste Mal Forza Horizon 5 miteinander auf. Ja. Und machen wir zwei Sonnenmeisterschaften im Frühling in der Hitzeseison. Nice. Ab der Lader. Äh, Schwierigkeit? Glaube ist Profi bei mir. Profi? Was denn? Okay, Handling wär noch ein bisschen besser gegangen. Du rauchst ganz schön, du. Muss ich rauch? Ja, weil es da so ein Kurvenummel schießt. Achso. Ja, das muss. Gibt's da jetzt Windschaden? Weiß ich nicht. Nein, ich glaub nicht. Mir ist schon ein wenig so viel gekommen, wenn es irgendwie noch mal so ein Zehntel Bus gab oder sowas. Nein, ich glaub nicht. Hallo? Ich hab da da noch mein Nummernschild drunter gefahren. Ich hab da noch mein Nummernschild drunter gefahren. Ich hab da noch mein Nummernschild liegen lassen. Ha, alles gleich, ich hab gleich. Ähm, wir wissen übrigens noch nicht ganz, wie es weitergeht. Aktuell läuft ja bis seit Story von mir. Ähm, die möchte ich vielleicht da ein bisschen fortführen. Ähm, und jetzt haben wir... Ja, das ist KI schon wieder leichter. Was ist denn da los? Ich glaub, dass die Schwierigkeit nicht so ist. Das Muss-Profi ist ja... Wir müssen nicht. Ah, rein dahin. Es ist aber meistens, allein tut man sich schwieriger. Äh, auf alle Fälle... Ähm... Sorry, dass ich die unterbrochen habe. Kein Problem. Äh, sparen wir mir jetzt die eine Saisonmeisterschaft. Weil es gibt aktuell noch eine. Wir sparen wir das Ganze am 7.11. Also eigentlich vor Release. Wir haben einen Early Access. Wirklich? Ja. Wir sind schon Boltschweine, gell? Haha, voll. Und von dem her, könnt's auch, dass sich das Ganze noch mal ändert. Wenn nicht, dann müssen wir uns irgendwie was einführen lassen. Hallo, mein Du. Ja, das freut mich. Das freut mich. Jawohl. Den hast du dir heute verdient. Das freut mich aber. Den sich hast du dir heute verdient. Nee, fahr los. Nee, nein. Da will ich nicht. Fahr jetzt. Aber mein Du. Hahaha. 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 Beendet als Erster. Nice. Beendet als Zweiter. So wo ist er im Vier aufgekommen hat, so geht's in 5 Eurer. Wo ist ein Rocks' Haus? Rocks' Haus hat's ausgeschlossen. Was mir ein komisches Fierkippt, ich fahre mir nur gegen 8 KI Gegner. Das ist auch bisher so seltsam, gell? Mhm. Ah, neuer Tag wiedergekriegt. Das finde ich toll. Nächster! Was jetzt das? Nein, ich glaube nicht, oder? Nein. Nein, geht weiter. Okay. Nein, ich habe noch gemerkt, weil wir Belohnung gekriegt haben. So, das war's mal wieder! Nein, das ist schon wenig seltsam. Aber ich glaube, das war... Weil wir die ersten Online-Rennen gefahren haben oder so. Nein, ich glaube, das ist jetzt normal, dass nach jedem Rennen den kriegst du eine Belohnung. Möglich, weil gestern war's ja buggy. Stimmt, gestern hätten wir's ja eigentlich schon im Stream versucht auf Twitch. Slash vlixtv. Haben wir da live, oder was? Nein, nicht. Twitch.tv slash vlixtv. Jetzt hab ich's. Ja, und da haben wir live, oder wie? Ja, aktuell schon. Aktuell hab ich... Regelmäßig, oder wie? Regelmäßig. Nein. Ich hab momentan so viele Projekte, dass mir schlecht wird. Nein, ich hab nicht Dutzung. Das war ein Fehler hier. Dutzung, Entschuldigung. Meinen du? Ja? Warten sie auf mir. Oh Gott, kann ich... Was warten auf dir? Ja, kann man machen. Was? Nein, ich komm nicht schon. Ich komm schon. Ich komm schon. Uah! Meinen du? Bin ich hinter dir? Ja! Nein! Was? Nein, da hat jetzt wieder deinen Druck. Ja! Ah, ich kann meinen Druck nicht umgehen. Ich hab aktuell noch ein bisschen ein Problem mit den Bremsen. Wenn ich voll durchsteige im Bremsseine, dann fährt mein Auto nur noch geradeaus. Ich weiß nicht, ist das ein allgemeines Problem, oder gehört das so? Wer es weiß, darf es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin einem sehr dankbar. Wenn du jetzt kaltest? Ah, jetzt schau ich's du in die Nacht! Bei mir ist das gar nicht so früh. Ich denke wir's. Weil bei mir kommt das auch nicht so früh, aber bei dir sind man brutal. Ja, okay. Ja. Da ist wieder ein Bug in der Macht, der ist es. Oh lecker! Der ist schon so blöd nicht mehr. Komm, komm, komm! Oh der. Da hab ich dich! Oh, der! Da hab ich dich! Doch! Oh der! Da habe ich zwei Fehler hintereinander gemacht und die rächen sich jetzt natürlich. Aber bei mir gewäumst du jetzt voll du auch ganz schön. Ist ja gut. Du bist ja da um Kurven, wenn du mich weißt. Ja, ja. Brutal. Mann, du, was hat sich denn am Handling geändert? Hat sich was geändert? Das Handling ist ein bisschen arcediger. Ich finde, dass du deutlich mehr Risiko geben musst bei den einzelnen Szenen. Ah, mehr Überschuss aus der Kurven. Easy. Das mag ich nicht. Das war aber ein Zwei-Überschuss. Mei, ich kriege es noch. Nein. Ich habe dann so ein Checky-Pointy verpasst. No, Mann, du, das war jetzt wieder so richtig scheiß Kopfhörn-Kopf rein. Mann, du, ich habe ein Checky-Pointy verpasst. Ja, das Handling ist grundsätzlich ein bisschen arcediger geworden. Du musst unendlich voll Risiko gehen. Zumindest auf unserer Schwierigkeitsstufen, dass du fahren bleibst. Nach so wie viel Stunden haben wir jetzt gespielt? Fünf, sechs. Man kommt schon wieder rein. Also es wird schon wieder einfacher. Am Anfang habe ich mir gedacht, sie haben KI extrem overpowered. Aber ich glaube, das hat getäuscht. Weil du ja schon den ganzen Neuer drumherum zurechtkommen musst. Ich fahre jetzt mal das Ziel. Ja, passt schon. Ich komme als Vierter noch, okay? Wenn du den ganzen Drumherum zurechtkommen musst. Vielleicht als Dritter? Wer weiß das schon? Windschatten ziehen? Oh, schade. Ja, ich habe auch noch einen Ball. Ja, grafisch hat sie... Anfangsfazit. Einiges gändert. Wir finden es besser als das Vierter. Ich habe einiges schon. Also ich muss sagen, grafisch ist es wirklich top geworden. Auf das Vierter hin ist... ...um Welten besser, sage ich jetzt einmal. Und an sich, vom Gameplay her, finde ich es auch irgendwo ein wenig schöner. Und wo bin ich jetzt die? Du bist das neben mir. Team Blau gewinnt. Ja. Jetzt haben wir einen Band wegkriegt. Äh ja, einen Willspin! Einen Audi RS2! Ich hab noch gar nix. Bin ich mein Geweidewill? Saisonveranstaltung abgeschlossen hat's bei mir gekriegt, Manuel. Fahre mir das dritte rein. Ah, ich hab auch einen Bands gekriegt. Was ist das? Vilspinn! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 125.000! Juhu! Das ist dein Dummelsso wie Gold! Ich weiß sie auch nicht. Und hat sie dir gefallen? Ich muss mir vor so einen Link noch erklären lassen, Frau Anna. Okay, dann weiß dich jetzt. Was heißt eigentlich jetzt Anna? Was mögst du? Also heißt das jetzt, bevor wir nur noch zwei rennen, wenn wir gewinnen? Das war ein wenig komisch. Ach so, weil du dich dann schon zwei vor drei gewinnen hättest, gell? Ich möchte aber drei vor drei gewinnen. Okay, gut. Dann war das eine sehr kurze Folge. Ja, durchaus. Na gut. Wir müssen mal schauen, wie wir das ganze ein wenig handeln. Das wird sich die nächsten Tage dann ein wenig handeln. Und ja, auf alle Fälle bedankt mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Story kommt irgendwann unter der Woche. Es gibt für mich den Upload-Planen nicht. Auf alle Fälle gibt es das auch auf Twitch im Stream. Und genau, bedankt mich bei euch fürs Zuschauen. Mann, du bist so verfurchtfleißig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Ado wieder, tschi. Danke, Herr. Ciao. Und ciao. Fertig. jschi. Tschi. Danger. менее. bieg l Tschüssi. Ihr Minuten besser gemacht.